Servus, ich bin der Uli von der Handelsverdünnung Haag und heute stelle ich euch den neuen Flexi-Pass von der Firma Möbeling vor. Jeder kennt das Problem, beim Einziehen von Kabeln entstehen oft unerwünschte Materialschäden oder man muss Höhenunterschiede überwinden. Und hier bieten wir mit dem Flexi-Pass eine handliche und flexible Lösung. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das Ganze ist erhältlich als Dreierset in der Tasche oder auch einzeln. Optional gibt es auch einen Standfluss, auf den sich der Flexi-Pass montiert lässt. Und so ergibt sich auch auf festem Untergrund eine Kabeleinziehhilfe. Sollte einmal was kaputt gehen, kein Problem. Alle Ersatzteile gibt es nach wie vor zum Nachbestellen, wie bei allen Produkten von Rollprofi. Über die obere Öffnung lassen sich Kabel bis maximal 38 mm einlegen. Die maximale Spannweite beträgt 48 mm. Der Flexi-Pass hat 5 Rollen, über die das Kabel gleiten kann. Über den Klemmhebel lassen sich die Spannbacken fixieren. Und über die Entriegelung wieder ganz einfach lösen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Nun können wir die Kabel einziehen. Alle weiteren Produkte findet ihr auf der Homepage www.rollprofi.de Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Keinen Film mehr verpassen. Einfach unseren Kanal abonnieren. Servus, bis bald, euer Olli. ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017